Der FC Ingolstadt hat Patrick Ebert verpflichtet. Der 30-jährige Offensivspieler, der seit einer guten Woche als Trainingsgast bei den Schanzern vorgespielt hatte, einigte sich mit den Oberbayern auf einen Vertrag bis zum Saisonende. Hat in Ingolstadt eine neue Herausforderung gefunden, Patrick Ebert. Ebert schaffte als härter Eigengewächs in der Saison 2006-07 den Sprung in den Profikader. Er trug das Trikot der Berliner 131 x 109 Bundesligaspiele, sieben Tore, zwölf Zweitligaspiele, ein Tor, ehe er im Sommer 2012 in die Primärdivision wechselte und sich Real Valladolid anschloss. Ab Februar 2014 hieß die nächste Station des Flügelspielers Spartak Moskau. Für die Russen war er bis Juli 2015 am Ball, ehe es erneut nach Spanien ging. Mit seinem neuen Klub Rayo Vallecano stieg er in der Saison 2015 16. aus der Primärdivision ab. Nach einer Saison in La Liga 2 lief sein Vertrag aus und wurde nicht mehr verlängert. Nachdem der Spieler nun schon einige Tage bei den Schanzern mittrainiert hatte, unterschrieb der mittlerweile 30-Jährige einen Kontrakt bis Juni 2018. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und ich in der Restrunde für den FCI spielen werde, so Ebert. Natürlich werde ich in den kommenden Wochen und Monaten alles dafür geben, damit wir unsere Ziele erreichen. Sportdirektor Angelo Vier zeigte sich ebenfalls erfreut und berichtete, dass Ebert die Verantwortlichen in den vergangenen Tagen überzeugen konnte. Es wird sicherlich ein wenig Zeit in Anspruch nehmen, bis er wieder bei 100% ist, aber wir wollen diesen Weg gemeinsam gehen. Zudem sind wir davon überzeugt, dass er die Qualität und Erfahrung besitzt, um uns weiterzuhelfen. Sein Pflichtspiel-Debüt könnte der Mittelfeldmann bereits zu Beginn der Restrunde geben, wenn die Schanzer den Tabellennachbarn SV Sandhausen empfangen 23. Januar 20,30 Uhr live bei kicker.d.jch Ja!